Hallo liebe Damen und Herren! Willkommen aus der ApeWG mal wieder! Wir wollten euch mitnehmen auf einen Tag, denn es ist sehr viel Trubel hier wieder hinter den Kulissen passiert. Der gestrige... Der gestrige Tag war von einer Katastrophe versehen, aber das müssen wir euch näher erklären. Deswegen fangen wir ganz hinten an. Gestern... Manche haben auch schon gesagt in den Kommentaren... Jetzt wisst ihr wo wir wohnen! Manche haben da gesagt, ja diese Mäuse, ich glaube euch das nicht so ganz und ihr redet immer davon und dass die da überall sind, dann macht doch mal ein Video. Und gestern haben sozusagen die Damen des Hauses die Kamera angehabt und da ist aber mittlerweile, ihr werdet euch gleich wundern, wenn wir euch das zeigen, das ist die zweite Generation Maus, weil das ist eine kleine Babymaus, ihr müsst euch ja so vorstellen, die Mäuse hier, die hier normalerweise schon lebten, die haben schon geworfen, das heißt das sind die Kinder von denen und wir haben praktisch eine Babymaus auf Kamera. Hier, der legendäre Aussicht. Hallo liebe Freunde, ich möchte euch etwas zeigen und zwar eine Maus. Ihr müsst ganz leise sein. Wie ist die denn aus? Jetzt sind wir angestellt. Guckt mal, man kann hier mein Handy einfach gucken. Schaut mal Freunde. Seht ihr das? Wir sind schlimmer als die Jungs. Guckt mal hier. Doch, 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 doch. Ja, komm. Also wir sehen es ist hier alles rechtens, wie man so schön sagt. Ihr müsst euch vorstellen, hier rennen auch wirklich Muttermäuse rum, die dann acht von diesen Mäusen im Magen haben. Und dann im Magen und dann auskotzen. Zum Beispiel hier, ihr kennt ja das Loch hinter den Dingern, da sitzt bestimmt auch gerade die eine oder andere Muttermaus gerade wieder drin und wirft ein paar Kinder raus. Ja, das war auf jeden Fall ein harter Zwischenfall gestern. Als dann ich und Cengiz herkamen, wurden wir auch erst mal erschrocken und wurden dann mit dieser Situation konfrontiert. Konfrontiert, ich kann gar nicht sprechen, aber nicht. Schauen wir mal rein. Hallo, wer ist da? Hä, wir dachten gerade so, der andere hat so woanders geklingelt. Das war so eine Partie, der hat gerade gesprochen. Ich war das. Ja, aber jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, woher sind wir denn da gerade gekommen, weil wir kommen ja in die Wohnungstür. Das hat eine andere Geschichte, die ich euch mal näher bringe, denn wir haben es schon mal erwähnt, es fangen bald die Let's Draw Weihnachtsfolgen wieder an. Die Interessierten wissen natürlich, letztes Jahr alle vier Adventswochen haben wir so geile Weihnachtsdeko-Folgen gemacht, so richtig im Feeling. Das müssen wir natürlich toppen dieses Jahr wieder mit geilen Gewinnspielen für euch alle. Und Cengiz hat nicht wahr an einkaufen, unter anderem Sachen, natürlich sowas darf nicht fehlen. Wir haben hier auch Cengiz Highlight, das tease ich euch schon mal an. Es handelt sich um einen Nussknacker. Ja, wenn man, drück mal auf den Schwanz, hoch, dann kann man hier solche Walnüsse knacken. Das wird natürlich ein Highlight für Let's Draw. Mega Highlight. Und wir zeigen euch mal, wie sich dieser Einkauf so ein bisschen ereignet hat, liebe Fred. Ja, liebe Freunde, wir müssen hier ein bisschen leise sein, weil die Mitarbeiter uns sonst sehen. Wir haben hier sowas gekauft, so ein goldenes Eichhörnchen. Das ist so ein, schaut mal, da kannst du solche Walnüsse reintun. Und wir haben so ein edel Weihnachts, wie nennt man das? So eine Karaffe. Ja, genau. Haben wir so gekauft, da füllen wir dieses Wasser drin auf und da kann man daraus so ausschenken. Das ist saugeil. Hier gibt es saugeile Sachen. Dann ging es weiter. Wir haben Let's Draw gedreht und haben diesmal wirklich übertrieben. Ich weiß ja nicht genau, gib mir dein Cam, ich mach das hier. Ich weiß nicht, wie genau sich das ereignet hat, aber wir haben so um zwei Uhr angefangen. Ich weiß noch, wir haben am Anfang das iPhone gezeigt, da war es zwei Uhr eins. Ja. Und dann waren wir fertig um fünf Uhr zehn. Nee, ja, ja. Irgendwie? Ja, ich weiß nicht. Wir waren so müde und so kaputt von diesem Tag, dass wir immer so sauer, wir sind immer ohne Pause so abgeschweift. Ja, ja, ja. Und so, ja, bla bla, was kommt jetzt? Ja, und dann war ich da und dann war das und dann einfach zehn Minuten verlabert und dann haben wir wirklich von zwei bis fünf Let's Draw gedreht. Also, dieses Spektakel dürft ihr natürlich nicht verpassen. Da haben sich auch, es ist ja, ihr kennt das ja, wenn man richtig müde ist, dann lacht man über alles und da sind Momente drin. Also, ich habe über jede Scheiße da gedacht und ich muss ehrlich sagen, ich bin dann ins Bett gegangen, ich wurde so wach, ich weiß nichts mehr von dieser Folge. Das heißt, ich war so übermüdet, ich weiß nicht mehr, was wir da geredet haben. Wie eine Mini-Preview, was ihr euch erwartet. Und schreibt auf jeden Fall, falls ihr dieses Video jetzt seht und am Sonntag dann das Let's Draw schreibt, ihr könnt ja mal in die Folge schreiben als Kommentar sowas wie Hashtag Gute Nacht. Ja, oder schreibt mal rein, ob man wirklich uns an... Ja, genau. Also, ich glaube, das ist... Katastrophe. Wir haben da über jede Scheiße... Ich habe mich da totgelacht, ich konnte nicht mehr einfach, weil ich nichts gecheckt habe. Aber das ist auch interessant, jetzt kann ich mal so eine Let's Draw-Folge aus Augen der Zuschauer sehen, weil ich gar nicht weiß, was da passiert. Richtig. So, und ich glaube, viel mehr Spannendes ist nicht passiert, aber das reicht ja auch, dann können wir jetzt euch auf jeden Fall heiß auf die Folge am Sonntag machen, liebe Friends. Wir verabschieden uns mal wieder, bis morgen. Oh, Jay hat mal wieder hier das Wichtigste des Tages vergessen und zwar, ihr wisst, die Krone kann man... Mal wieder abstimmen. Ich glaube sogar, das geht täglich und mehrmals. Schauen wir einfach mal nach. Danke für jeden, der da votet. Erste Link in der Beschreibung. Und Jan, du hast diesen Link nicht in der Beschreibung drin. Warte. Was denn? Ach so, ja. Stimmt, ist immer sauwitzig. Wie heißt, also natürlich erstmal Alp-Crime. Alp-Crime hier. Wie heißt Hannelore Kraft mit Nachnamen? Hannelore. Und wir stimmen ab und... Nice. Nice.